Liebe Tangela, herzlich willkommen zu einem weiteren Tangonautics Video. Heute geht es um die Bolinette, genauer gesagt um das dynamische Eindring in den Rückwärts-Ocho in der Bolinette. Der Rückwärts-Ocho ist neben dem Seitschiff und dem Vorwärts-Ocho eigentlich der komplexeste Ablauf, der am meisten Zeit benötigt. Und wenn wir hier diese dynamische Eindrehung nicht beherrschen, verdienen wir relativ viel Zeit und wir können uns auch nicht optimal unserem führenden Partner zuwenden. Im vorigen Video möchte ich euch diese Technik vorstellen und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Der Dreh- und Angriffunkt ist hier der dynamisch eingedrehte Rückwärts-Ocho. Also nicht etwa ein Ocho, der so ausgeführt wird, sondern ein Ocho, der von dieser dynamischen Eindrehung lebt. Ja, ihr seht, wir haben wieder das Thema der Dissoziation. Ich bin meinem virtuellen Partner zugewandt und kann jetzt eine Rückwärts-Ocho machen. Wenn die Geschwindigkeit in der Bolinette sehr sehr hoch wird, dann geht das nicht mehr. Dann werden wir früher oder später tatsächlich so einkreizen müssen. Aber in den meisten Fällen ist beim Tambour-Salon die Geschwindigkeit, wenn der Mann es nicht allzu schnell oder verdoppelt führt, es ist durchaus möglich, einen tatsächlich schönen Rückwärts-Ocho in der Bolinette zu generieren. Das heißt, ein Drehung, Rückschritt, Front, Side, Spin, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ganz wichtig, wenn ihr rotiert, bitte die Beine zusammenlassen. 1, 2, close, Spin, ansteigen, 4, gerade drehen, Kopf nicht nach vorne bringen, schaut, dass ihr eine schöne gerade Achse habt, und nicht so. Rumpf und Skater ist gespannt, je dreht wie ihr habt auf dem Bein eures Fußes. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und fast. 2 und 3 und 1 und 3 und 1 und 1 und 5gradem你看, Karteinho doisnen starten! Karteinho 2 und 2 und 3 Sekurs